Was würdest du sagen, wenn ich Geld gefunden hätte? Fahre ich mich nicht. Das Geld war in einem Auto, das ich aufgeschleppt habe. Damit können wir deine Behandlung bezahlen. Ich glaube, dass wir das Geld haben sollen. Morgen. Hallo. Ich würde gerne mein Auto abholen. Wieso wurde der Wagen abgeschleppt? Parken auf einem Behindertenparkplatz. Kennst du die beiden? Was hast du mit diesem Typen zu tun? Bitte sag mir, dass du kein Problem mit ihm hast. Gib das Geld zurück. Du kommst sofort nach Hause. Es ist falsch und ich habe einfach keinen Bock, dass du wieder in den Bau gehst. Wenn du Probleme hast, kannst du immer zu mir kommen. Nicht bewegen. Fuck! Fuck! Er war nicht ohne das Geld, hast du mich verstanden? Bravo!